so ich habe mir wieder mal pokémon karten kauft das ist in dem fall die selebi und bisaflor gx tin box pokémon gx gemeinsam als team machen wir mal das ding auf und schauen mal wusste alles drin ist so dann schauen wir mal natürlich wieder sehr viel plastic aber das macht nix als erstes die problemo karte essen bisaflor und selebi und bisaflor verbrannt verwirrt und vergiftet also ich kenne mich mit dem spiel selber nicht raus aber die scheint hört sich auf jeden fall schon mal nicht schlecht das kriegt auf jeden fall schon mal so dann was ist denn da drin also so wieder massiv so und was haben wir jetzt da für booster drin das plastikzeugsystem aber weg so was haben wir jetzt da sonne und mond teams sind triumph teams sind triumph sturm am firmament und das bestätigt wahrscheinlich naja ok dann wollen wir es halt einmal aufmachen und schauen wo es da drin ist das ist jetzt blöd bin das ding aufzumachen sechs stunden später also geht doch und 234 machen sommerfeuer da ist wie mit zunde soft kuhn der pokémon fänge mabula traumato krabux skanowel alola mauzi marikeck und bisbark ich mochte bisbark zwar gern aber war nicht so gut das war jetzt das auch für booster ja das war das beste booster naja das ist ja sowieso sturm am firmament und am schon mal richtig hier und 2 3 4 na dann schauen wir mal wo es uns zu drehen ist der angler pupitar kek leon in eko alola radfratz flemmli mit die tiee lampi brutalanda und regerock ist brutalanda schau cool aus ich kriegte lief war recht viel wo wir noch nicht kommen naja ja mal wusste teams sind rumpf kenne ich gar nicht na gut ich bin ja nicht so drinnen in den game mach bloß ich noch wieder mal einfach weil ich Bock habe nix sonderes ich spüle die spülen jetzt weil ich sowieso nicht kapiert einfach bloß weil ich Bock habe na dann wollen wir mal gucken ähm kampf schilock taurus snoopilly hat iguana main key wulpix pampam schicke bonita und taubos naja ist so schön aber da ist nicht recht wo es drehen wow naja ist jetzt die bütze zander das erreißen so gesehn fe jetzt ist kampf naja gut taurus lavandia schilock bronzeltratini tentacher ponita halola slima die metallschutzbrille und lektro ball naja das kriegt das lief damit wenigstens ein bisschen was also ich weiß ja nicht also ich weiß ja wirklich nicht aber das ist die größte ausbeute vor den von der box wirkt mir irgendwie ein bisschen traurig mal schon so für den preis sollte man sich überlegen ob man sich bleiben wird naja das war's dann wieder so